Tatsächlich spiele ich mit dem Gedanken oder ich hätte Lust wieder einen neuen Podcast zu starten und zwar soll es dabei ums Scheitern gehen. Weil ich die Scheiterkultur und im Grunde um das Scheitern und etablieren möchte, ist etwas, was zum Leben dazugehört. Was nichts Schlimmes ist in Zeiten von Social Media, wo alle irgendwie so aufpoliert sind und alle nur erfolgreich sind und es allen so wunderbar geht und letztendlich aber darunter unsere mentale Gesundheit extrem leidet, weil das einfach nicht die Realität ist. Ich fände es total schön mal locker und befreit mit Menschen über ein solches Ereignis zu sprechen.